Das Video, was ihr hier sehen werdet, ist von dem Karfreitag, also schon ein bisschen älter und ich habe das in mehreren Parts unterteilt. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Vlog. Ich bin heute hier allein unterwegs, ich werde jetzt gleich eine große Wanderung machen, 114 Kilometer, glaube ich, lang. Das ist der mittlere Rundweg oder Wanderrundweg mittleres Sauerland. So war das, genau. Den werde ich jetzt gehen, alleine. Ich denke, ich brauche dafür zwei Tage, also ich werde jetzt gleich mal eine Nachricht schreiben, dass ich jetzt unterwegs bin. Es ist 11 Uhr geworden, eigentlich wollte ich ganz früh morgens losgehen, aber jetzt ist es schon 11 Uhr. Naja, ist halt so, komme ich halt morgen Abend wahrscheinlich an. Oder ich gehe in der Nacht weiter. Muss ich mal schauen. Letzte Nacht war es 2 Grad gewesen, richtig kalt. Ich weiß nicht, ob ich, ich habe zwar Schlafsack und meine Hängematte mit zum Schlafen irgendwo im Wald, aber ich weiß nicht, ob ich schlafen werde, wenn es so kalt ist. Aber mal schauen. Ja gut, das ist der erste Tag, sage ich jetzt mal, von den 114 Kilometern. Und viel Spaß beim Video. Ich bin jetzt unterwegs. Also ich starte jetzt den Weg. Ich habe hier geparkt am Wanderparkplatz Moselde. Und werde es zuerst hochgehen nach Richtung Höhingen, dann nach Frostwinkel. Muss durch Frostwinkel durchgehen. Ja, zuerst wollte ich ja Oehlinghausener Heide parken. Aber da war kein richtiger Wanderparkplatz ist. Ah, übrigens hier ist das Zeichen von der Route. Aber da war kein richtiger Wanderparkplatz ist, habe ich mir gedacht, vielleicht nicht so gut, weil ich da ein bisschen länger stehe. Deswegen habe ich mich jetzt hier auf den Wanderparkplatz gestellt, der genau an der Route vorbei führt. Also die Route geht genau über den Wanderparkplatz. Ja, wir werden mal schauen, wie das wird. Ich habe Angst. Oh, geht der da unten lang? Ne, hier oben. Gut. Problem ist, ich habe keine Karte. Ich habe mir auch für Handy Fotos gemacht, falls ich mich verlaufen sollte. Aber es ist auch kein richtiger... Egal, es sind auch keine richtigen Fotos, sind vor dem Computer abfotografiert. Na ja, egal. Mal schauen, was kommt. Viel Spaß. Eine Schnecke. Egal, es sind auch keine Karte. Egal, es ist auch kein Wanderparkplatz. Egal. 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 Ist der Weg gesperrt? Ich hoffe es nicht. Ich habe einen 30 Kilo Rucksack auf dem Rücken. Und wenn der Weg gesperrt ist, muss ich hier noch nicht gehen. Oh, naja. Ich hoffe, ich kann da durchgehen. Da wird Rücken gebaut gerade. Ach, für das Osterfeuer. Ja, Osterfeuer. Zwei große Probleme, die ich habe. Drei. Erstens, ich bin schon sehr lange nicht mehr gewandert. Letztes Mal war im Februar gewesen. Zweitens, ich habe so einen schweren Rucksack auf dem Rücken. Und drittens, ich habe meine Schmerztablette vergessen. Falls ich Schmerzen habe. Ich habe so ein leichtes Pochen im Zahn. Damit muss ich nächstes Mal zum Zahnarzt gehen. Ja, mal schauen. Viel Spaß. Erste Stadt passiert. Da ist Höhingen. Hütter unten ist Neheim. Was ist das für ein Vieh? Entschuldigung. Leute, ich bin gerade falsch gegangen. Bin gerade hier reingegangen. Ich dachte, das Zeichen zeigt rein den Weg. Da drin war kein Zeichen mehr. Das Zeichen meinte, ich muss die Straße geradeaus gehen. Schauen, ob das Auto kommt. Kein Auto da. Und dahinter müsste ich rein. Eieiei. Schon die ersten paar Meter verlaufen. Das kann ja noch was werden. Und wenn es dunkel ist, wird es ja noch schlimmer. Ich habe Angst. Ganz alleine. Okay. Hier müsste ich rein. Hier ist aber auch kein Zeichen. Die Karte, die ich habe, sagt aber, ich muss hier an die Häuser vorbeigehen. Na ja, ich habe ja meine Karte. Muss ich halt mal gut die Karte lesen. Ach, da ist das Zeichen. Ah, ich denke. Ah, okay. Die wollen nicht, dass man da an der Straße lang geht. Deswegen geht hier noch so einen Weg lang. Gut für Wissen. Fürs nächste Mal. Ich glaube zwar nicht, aber gut zu wissen. Oh, das erste Schild ist da. Da ist der Rundweg, den ich gehe. Schön. Ich habe noch ein kleiner Rundweg. Es sind ja nur 112. 12 oder 14, ja. Ich habe ja hier angefangen. Bin jetzt hier langgegangen und bin jetzt genau da. Also. Oh, weia. Was habe ich mir da angetan? Ah, jetzt geht es Richtung Fosswinkel erstmal Richtung Echthausend, dann Richtung Fosswinkel. Ich habe Angst. Einfach nur mal gucken. Geradeaus und dann gleich nach rechts. Gut. Als weiteres Zeichen vorhin. Ich freue mich schon auf die ersten Pause, dann wird mein Rucksack leichter. Übrigens, hier kann man sehr lecker essen. Solche Wege liebe ich. Schön durch den Wald. Schön durch den Wald. Und der Vorteil ist, viele Wanderwege kenne ich schon, es war nicht komplett diesen Weg, aber dadurch, dass meine Frau und ich schon so viel lang gewandert sind in Sauerland, ich kenne schon sehr viele Passagenabschnitte. Da hat es einen umgehauen, da hat es einen Baum umgehauen, aber anscheinend schon länger, weil hier schon ein richtiger Trampelfahrt ist. Da ist noch ein umgehauen. Was ist das für ein Tier? Ein Bär? So große Pfoten, da auch wieder. Oder ein Kamel? Nee, Kamel geht nicht. Was hat denn drei große Zähne? Und so groß, da wieder. Was lebt hier für ein Tier? Das muss schwer gewesen sein. Na ja, gehen wir mal weiter. Ich habe Angst, ich bin allein. Da hinten sind Dreh, kann ich ran suchen? Okay, wir sind hier am Haus Füchte angekommen. Jetzt, du müsstest gehen nach, wie hieß das, Enghausen? Echthausen? Enghausen war es. Und danach geht es nach Vosswinkel. Ah, jetzt ist ein bisschen doof wegen der Autobahn. So viel Krach. Na gut, bis später. Ach so, ich bin jetzt hier an der 83. Ich gehe jetzt hier rüber. Also das ist das, was ich meinte mit Echthausen. Und jetzt geht es hier lang. Allerdings, ich weiß nicht, da lang, sondern hier irgendwie. Aber durch den Wald. Und genau, Flughafen, Dammwald. Das soll ich ja sehen. Hier ist leider nicht so eine Karte, die ich bräuchte für meinen Wanderweg. Aber hier ist das Zeichen, immerhin. Ich muss rüber gehen. Viel Spaß. Viel Spaß. Alles voller Enten da hinten. Und da auch Enten. Ich probiere mal ran zu suchen. Gleich bin ich den Berg oben angekommen. Endlich. Ich habe gerade noch eine Schlange gesehen, aber die war so schnell weg, dass ich es ja nicht filmen konnte. Ich glaube, dass es eine Schlange war. Oder ein Saramander. Keine Ahnung. Hier oben ist der Flughafen, Forstwinkel. Was für eine Aussicht von hier oben. Wunderschön. Man muss noch mehr Wanderwege gehen, um noch mehr zu sehen. Aber erst mal den schaffen und überleben. Ich bekomme, glaube ich, meine ersten Blasen am Fuß. Da ist das Zeichen. Ich muss links lang. Auf der Straße lang gehen ist es nicht so schön. Aber dahinten ist ein Flugzeug. Ich glaube, der landet gleich. Ja, kommt der, kommt der, kommt der. Sieht so aus, ja. Corona-Bürgertest links. Strecke geschlossen. Ich hoffe, da geht mein Wanderweg nicht lang. Und da landet, ja. Oh, da sind ganz viele Leute, die filmen. Schön. Und ich sehe ihn nicht. Ich bin zu weit weg. Ich hast so langsam. Nein. So. Ich kann nicht mehr. Ich bin kaputt. Und der Wind ist so kalt. Wenn der Wind nicht ist, ist es warm. Wenn der Wind kommt, ist es kalt. Ergleich. Wie soll man sich denn da anziehen? Ich bin am Schwitzen ohne Ende. Viel Spaß. Bis gleich. Wir sind kurz vor Vosswinkel. Hier links ist das Wasserschloss. Wie hieß das nochmal? Höhlinge? Höhlingen? 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 Ich weiß das jetzt nicht. Auf jeden Fall sehr schön. Kann sich anschauen. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, rein darfst du nicht. Das Privatkunststück. Aber da ist es. Schöne Brücke. Hier bin ich noch nie rübergegangen. Weiter geht's. Ich habe Glasen am Fuß. Aua, aua. Noch ein Reh. Aua, aua. Da ist ein Pferd. Und da ist Fasswinkel. Ich glaube, ein Viertel der Strecke geschafft. Ich glaube, der Fasswinkel war auch so klar. Da kann ich nochmal aufschauen. Super. Hier auch schöne Aussicht. Vom Fasswinkel, Friedhof. Fasswinkel, Friedhof. Okay, ich bin hier im Forstwinkel. Ich meine, es kam meine erste Pause. Da kann man nochmal nachgeschaut, wie weit ich gegangen bin. Ich bin ja gerade mal ein kleines Stück gegangen. Boah, ich habe noch so viel vor mir. Heftig. Ich bin jetzt schon kaputt. Ich habe Angst. Hilfe! Okay, wenn ich jetzt ein bisschen was esse, was trinke, ist der Rucksack leichter. Aber die Sonne geht schon langsam unter. Es ist jetzt mittlerweile, wie spät ist es, 13.30 Uhr. Ich bin schon zweieinhalb Stunden unterwegs. Ja, das kann aber was werden. Vielleicht bin ich jetzt gerade 20 Kilometer. Ne, zweieinhalb Stunden, keine 20 Kilometer. Vielleicht 15 Kilometer bin ich jetzt schon gegangen. Dann schauen, viel Spaß! Das war's.